k Jodo wer was beieinander kreiert sein er ist der nächste Reihe lappert ab und darum da unbedingt nicht vergessen bitte also bitte der Ex-Babbaus rein b Tocchi da BZ hier das hier oben kommen die da hinten ich denke auch weißt du das ist das Zombieviech ist ein bisschen dumm man könnte auch direkt rüberspringen aber das checkt er ja nicht ne ich kann es aber auch nicht Zocki da ist ein Hund ich spring wieder rüber du kommst halt echt mit einem Sprung rüber geh ich noch nicht schade ja musst du lesen musst du spielen drüber wir hätten eigentlich nur noch Punkt 21 Uhr warten können oh oh da kommen wir uns jetzt da schaff ich es vielleicht hast du nicht Punkte zu vergeben oder ich schon wieder rum mit Punkte vergeben schaffst du schon wieder rum oder hab ich schon wieder mal gelevelt zwischendurch warte mal ach ein Punkt hätte ich na schau mal was du brauchst für Parcours 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 einen Punkt bräuchte ich vielleicht kann ich jetzt auch so hoch springen ne brauche ich noch einen Punkt glaube ich dass ich so hoch springen kann bei Parcours wie du ne ich hab's voll nämlich ja genau ich hab mir mir fehlt leider noch eins bis es voll ist aber so komm ich drüber das geht auch aber es rettet dir oft den Arsch wenn du so hoch springen kannst weißt du das glaube ich ja das habe ich gerade gesehen bei dir paper nehme ich jetzt einmal nicht mit warte mal noch bei 22 Uhr und dann kommen sie eh alle von allein glaube ich hier werden wieder Elektro Teile drin in dem Ding ja ja das ich hätte gesagt abbauen oder so können wir ja beim rausgehen ja stimmt weil jetzt einmal so reingucken gehen schauen was wir finden obwohl es gar nicht mal so nötig wäre bei uns okay Messing Messing okay Messing ist doch vielleicht wichtig Hupsala schauen wir mal hier hoch erstmal was ist denn den Trank da drin das interessiert mich schon mal als erstes oh da ist das ne Klappe da ist ne Klappe vielleicht spring ich schon wieder zu weit oh und ne Hund war ich auch schon wieder das lasse ich jetzt liegen da kommen schon ach ich könnte ja mal mein Licht wieder anmachen der rennt gleich ganz vorbei habe ich den erledigt aber jetzt ist das nicht gut gemacht ich glaube mal kurz selbst auf die Schulter der hat jetzt wahrscheinlich wirklich gemacht ja ja ich hab's echt gemacht ist so ist so musst du ey du kannst es nicht nur sagen warum habt ihr das zugesperrt was ist das muss ich da ich muss da rein das ist ein geheimer geheimraum da findest du sicher Urgangschied jetzt äh meinst du ja na fix hey warum ist das ähm weißt du weißt du weißt nein nein warum sonst ist er zu und ein überhaupt ein Rahmen weil es die Zombie Apokalypse ist und der letzten Zug gesperrt hat und keiner mehr aufgesperrt hat am nächsten Tag komm ich hier rein oh ja oh ja ich bin auch safe da hörst du bisher nur bis dahin das ist sehr angenehm oh da ist ein Hund jetzt habe ich dieses Schreien gehört was du glaube ich als Kinderschreien meinst ja echt das ist creepy he also das ist das was sich so aus so der Entfernung anhört gell so ein einzelner Schrei ist das ja ah ja genau der ist es wie lange brauchst du das bis sie so sauber ach ja das hatte 7000 ach guck mal die kommen alle aus den Fensterscheiben raus warte ich mach mal die Holzbalken weg dann kommt er nicht hoch die werden so oder so nicht hoch kommen ah ja da sind nur zwei Kisten drin mehr nicht ach jetzt klatschen sie an die Wände glaub ich warum hab ich jetzt eigentlich die Stau schon in der Hand ah das ist ein Hund hier sind zwei Waffenschachteln Zocki willst du auch eine? oh ja nehm ich gern dann lass ich dir die eine hier weil ich bin sonst eh zu schnell voll oh da kommen ja die Hundis aua wie kommst du hier hoch? aua und ich blute das mag ich nicht aua ich blute wie schön das hinterher redet das ist nicht geil haha ja vor allen Dingen ich bin zu glück grad die Waffe zu wechseln so jetzt auf äh hinter dir Hund ja lass ihn kommen lass ihn kommen ich hab gesagt lass ihn kommen ja ich steh auf ihm ich steh auf ihm geht schon Fetzi ich hab alle super Kontrolle haha ja ich weiß auch nicht du so weil das geil ist wenn du hoch springst dann bist du erstmal halt aus dem Bild gell das ist voll lustig haha ah Hunde zerlegen ganz wichtig ah Knochenhunde ja 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 das hab ich jetzt auch nicht Dach ah Mittag gehabt oh die haben hier schon ein gutes ordentliches Loch reingehauen Rezepte was kriegen wir da hin oh gein Blutbeutel ah Vitamine braucht man ok cool obwohl ja die Blutbeutel noch gar nicht verwendet haben bisher ne mein Sohn Gebäude ist glaube ich ein Witz gegenüber dem Hochhaus damals ne ja ah eh passt schon aber ich bin froh endlich mal wieder Loom gehen nicht immer nur Bahn 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 obwohl Bahn macht Bahn macht auch richtig Bock ja ja schon mal mindestens wenn man genug Ressourcen hat gerade zum Bauen gell ja wir haben es eh eigentlich also das also fehlt uns da wirklich nix aber grad keine Ideen mehr oh da kommt wer A-Basis du brauchst halt vielleicht mal die neu alte B-Basis uuuuuh die kriegst du den hast du erledigt ist dein Rucksack ich bin voll Ist da was drin? Jajaja Die Mütze na super na jetzt der noch oh da ist ja A-Kitchen drin sehr schön A-Kitchen ist drin A-Kitchen, joo Achso, warte mal, das... Zack, warte, ach, die scheiß Pfeile, kann ich eigentlich aus dem Pfeilen? Ach, die kann ich ja zerlegen. Gut. Ich bin ja auch alt. Ah, das ist ja die Toilette und nicht die Küche. Hupsalat. Naja, du kannst bestimmt auch kochen am Klo. Ja, das geht schon. Ähm, warte, lass kurz das wegmachen, lass kurz... Ja, das Glas brauch ich auch nicht. Nee, die brauchen wir auch nicht, dann äh... Alter, sind hier viele Benzinfässer, Zocki, dann haben wir Benzin ohne Ende. Ja, geil. Wäääh! Was, was war das? Ich hab mit dem Zombie kommuniziert. Okay, das ist so... Wow, mein Tiger-Ding... Nee, nee, dann will ich schon... Määäh! Machen, weißt du? Ja... Määäh! Määäh! So, jetzt kommt auf. Määäh! 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 Wir hören könnts Youtube und es ist langweilig. Määäh! Määh! hier viele Benzinfässer. Bist du ganz unten? Äh, ja. Okay, ich komm auch mal runter. Irgendwo hör ich noch verdammt viele. Ich hab zwölf Benzinfässer, die anderen zwölf lass ich dir, okay? Ja, warte, hab ich noch. Euter, der wollte voll viele Reihen hier. Euter, das ist voll umfällig. Das ist euter. Die, die mach ich mal platt, solange sie nur hinterm Zaun stehen. Da. War oben irgendwas Interessantes? Ne, oder? Nein, nicht wirklich. Ich hab nur so ein, äh, äh, ähm, irgendein Dreck auseinanderbohrt für Elektro-Talle. Im Safe hab ich natürlich komplett übersehen. Messing! Messing ist immer wichtig jetzt, Brodi. Klein machen. Ähm, ta, das zerlegen wir einfach. Und ich nehm das mit. Kann man sicher vielleicht brauchen, ich weiß nicht. Warte, wir haben... Gibt's bestimmt noch etwas. Ist so ruhig auf einmal geworden. Schau jetzt einfach mal, ob ich den Boden mit 7000 zerstören kann, vielleicht ist das drunter eine geheime Base. Was? Ja, mit unserem Glück, wir finden immer sowas. Mhm. Fade ist, dass es nur eine Crace gibt, gell? Weiß man nicht, ey. Ach, ich hätte eigentlich gehofft, in jedem Bereich gibt's irgendwie sowas. Was lass mal liegen, YouTube? Was lass mal liegen? Ich hab ja vor, es gibt so'n großen, so'n großen Wolf oder sowas. Weiß man ja nicht. Vielleicht gibt's das ja wirklich. Vielleicht gibt's die Giganten. Die Hülsen, ja, das putz ich mal auf die Hülsen. Was soll ich machen? Aber ich glaub, da wird nichts drunter sein. Warte, wo bist denn? Ich helfe dir ein bisschen. Geht gleich durch. Oh, nochmal Stein, wer weiß. Ne, das, das gehört so, was kriegen wir denn da? Kleinen Stein kriegen wir raus, okay. Das gehört so, unsere Mauer ist ja auch so. Als erstes, da kommt Stahl weg und dann ist Beton. Das heißt, richtig doppelten Schutz, Alter. Als erstes einmal 7000 Punkte müssen die wegkloppen und dann müssen die nochmal 5000 Beton wegkloppen. Wenn sie durch die Mauer wollen. Wow! Aber da ist nur Boden. Das ist schade. Na jo, schade, jo. Ja, ist wohlständlich. Es sah von außen geiler aus. Leih, nehmen wir gleich mit. Achso. Kann man eigentlich die Benzinfässer gleich klein machen, oder? Ne, muss nichts fahren. War wahnsinnig. War wahnsinnig. Nein, haben wir mehr als genug. Du, 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 du. Habe ich 150 Messing, das ist nicht wirklich viel, gell? Hm, ich hab 200, nein stimmt nicht, ich hab 315. Schau mal mal. Ich bin jetzt ruhig im Erkundungsding. Wenn wir jetzt hier einfach wieder hochfahren. Wir könnten jetzt mal im Schneegebiet ein bisschen schauen. Da waren wir ja bisher noch so selten, ne? Hast du noch so viel Platz im Inventar? Ähm, Cheap, ja. Ich hab jetzt alles wieder in Schieb rein. Jetzt hab ich wieder genug Platz im Inventar. Lass mich kurz mal schauen, was ich aus dem Schieb da rauskriege, irgendwie so. Was ich jetzt unbedingt nicht wirklich brauche. Das könnte ich zum Beispiel schon benutzen. Dann mach ich das nicht. Das könnten wir zerlegen. Das brauch ich auch nicht. Dann haben wir hier noch ein Stoff bekommen, auf den wir zu furzt. Die Dinger können wir zerlegen. Da haben wir enorm viel in der Base. Trübes Wasser lasse ich jetzt noch einmal. Ähm, die Hülsen lassen wir. Die Fackel brauchen wir eigentlich nicht. Aber lasse ich jetzt. Jetzt hab ich so viele hergestellt. Da Meirsmehl brauch ich auch nicht. Öh. P-P.P.P.P-P.P.P.P-P-P.P.P.P.P-P.P.P-P.P.P.P-P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P."P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P Das ist immer gut. Sind sie verrückt? Sind sie verrückt? Wir wecken nicht den Tiger in uns, gell? Wir wecken die Katze uns. Okay, wo willst du, wo hast du gesagt, bist du hin von jetzt da, von hier aus? Einfach hoch Richtung Schneegebiet, hätte ich jetzt gedacht. Also quasi diese Richtung. Aber wir könnten hier die Straße entlang. Ja, stimmt eigentlich. Also wir haben hier noch gar nichts, also ich habe hier noch gar nichts entdeckt. Nee, ich auch nicht. Ist das überhaupt eine Straße? Ja, oh ja, das ist eine Straße. Wir kommen halt wieder in die Büste, ne? Keine Ahnung. Ja, nicht auf die Map schau, dann schon. Aber ich glaube, ich sehe da schon vorne irgendwas. Ein paar Hütten. Ja, könnte ein kleines Dörfchen sein oder so. Äh, kaputtes Dörfchen. Oh, da spuckt einer auf dich. Ja, das ist noch eine Hälfte von der Frau. Oh, warte mal. Das sind Grüne, das sind Grüne. Das sieht aber interessant aus. Das ist ein Skaterpark. Geil! Ja, der scheiß Geier, verpiss dich jetzt mal. Oh, viele Geier hier auf einmal. Alter, der hält voll viel aus. Oh, ein grüner Pulle. Ohne Kopf explodiert er auch nicht. Haha. Aua! Achtung, bei dir draußen ein Grüner. Da ist ein mieser Fettsack. Ein richtig mieser Fettsack. Ein mieser oder ein fieser? Der Typ glaubt, er ist ein Skater. Haha. Wer weiß, vielleicht war er da ein richtig bekannter. Oh, da kommt wieder so ein Pumper. Ja, da kommt wieder so ein nackter. Nackter Pumper. Der Zombie mit dem definierten Hintern. Rrrrp. 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 Bade, dass man sich kein Skaper craften kann. Das wär's jetzt, ne? Ja, naja. Bei dem Ding, ähm, Fahrzeugverhalten hier in dem Spiel. Ja, gut. Dann würd's, glaub ich, nicht wirklich viel Bock machen, ne? Ohlalala, so ein schöner Tag. Ohlalala, so ein schöner Tag. Weil ich's geht n' mag. Weil ich's geht n' mag. Weil das geht n' mag. Und er hat schon wieder n' Resort, den ich übersägen hab. Unglaubliiii. Ababa. Aber cool, so krieg ich Schottimunny. Für die Schottimunny oben, ohne eine herzustellen, weißt du? Ah ja, genau. Ich hab aber auch ein bisschen Schottimunny. Ich hab, glaub ich schon. Ah, ich hab das alles in Cheap rein. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich so halbe halbe gemacht hab oder nicht. Aber im Invent hab ich, glaub ich, 114 Schottimunny. Ja, 114 ist ordentlich. Ach, hi. Hey, da oben ist noch ne Kiste. Äh, vergiss das, vergiss das. Da ist nix. Boah, gut, die Kisten, okay. Ja. Toll, das war's da. Toll. Äh, Skaterpark. Voll super. Aber warte, da hinten seh ich schon wieder ein größeres Ding. Ah, ich hab nur 37 für die Schottimunny. Der Pätsi hat größeres Ding gesagt. Da sind wir nicht wieder mit, warum auch nicht? Der Pätsi ist schon wieder unterwegs? Ja. Oh, warte, ich muss essen, seh ich gerade. Ich hab so wenig Ausdauer. Ich geh eh nicht rein, bevor du nicht da bist, keine Sorge. Ja, mach ruhig. Also ich meinte, ja okay, vielleicht ist es unklug, weil du könntest sterben. Oh, fuck. Ist aber lange her. Leute warten nur drauf, dass es immer wieder passiert, ne? Dem Auto könnte doch klapp noch ein Motor drin sein, oder? Oh, da hinten ist auch nochmal ein ganzer. Hey, komm schon, ich komm hier nicht hoch. Ha, zockt, mir kommt nicht hoch. Ha, ha. Ha, Penis. Oh, ich nehm mal Benzinfässer mit hier. Gott, haben wir halt wieder ein Niveau. Nämlich gar keinen. Oh, ich hör auf jeden Fall. Ein Bullard. Ja, der ist drin. Bleiben uns bitte drin. Bleiben uns bitte. Oh, da kommen zwei. Schock hinter dir. Au. Da kommen drei. Oh. Boah, das hört sich ja nicht schön an hier. Meiner ist tot. Warte, er muss nicht überfahren. Oh, da kommt noch mehr. Da kommt noch mehr. Oh, ich muss meinen Jeep mal reparieren. Das war wohl so ein Donutschuppen mal, ne? Ja. Er legt, er legt, er legt. Er ist jetzt Geschichte. Bruder, ich muss meine Ding mal reparieren. Warte, wenn du das Auto zerlegen willst, ich geb dir die Deckung. Oh, Bruder, zum Glück haben wir so viel, ähm... Munition einstecken. ...Schießpulver. Nein, ich hab kaum noch Munition für meine Maschinenpiste. Aber für ÖHK hab ich noch mehr. Ich dachte, du lässt eher hier den ganzen hier werden. Flexidan. Hey, geil, ich hab einen Motor und eine Autobatterie rauskriegt jetzt da. Da ist wohl das Blutglück auf so viel Zeit. Deine Mutter heißt da. Wo ist er? Oh, da kommt Business Boy. Business Boy, der ist aber einig. Den Körterladen wahrscheinlich. Ist das Chim? Chim's Chim? Chim's Chim. Ich krieg aus dem ganzen Auto natürlich gar nichts raus, das stimmt. Tja. Wohl scheiße gelaufen für den Batschball. Ah, kommst du vorhin und wieder mal. Läuft's auch scheiße für den Batschball. Ah, warte, aus dem Ding hier krieg ich ja Messing wieder raus. Geil. Äh, was lass ich denn da liegen? Benzinkanister, ich bin schon voll. Fuck. Oh, ich hab eine sechste Batterie. Wisst du, was das bedeutet? Ich habe sechs. Mal eine Batterie. Ne? Wenn ich ins Auto einsteigen, jetzt packen wir wieder ins Auto. Ja, warte, ich muss auch was ins Auto packen. Bevor ich hier weiter looten gehe. Looten, Bruder, looten. Inkanister, hast du das alles hier liegen lassen? Inkanister. Ja, 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 ich konnte dich nicht mehr einpacken. Inkanister. Looten, 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 looten. Leple, blanca. Ich stehe auf Samanta. I'm just a bird in the sky. Was? ich habe eine stelle ich habe eine miene gefunden zack ich habe hier viermal auto kids ich habe es aufgeteilt ich habe zwei genommen hast du auch noch mal reparatur zweimal euer geil wir sind ja absolut gut absolut gut hallo wir zeigen euch wo es lang geht wo wir sind ist was los wenn wir draußen zombies kurs und scheiße in die holz ja ja die zombies machen mich fertig ich stehe auf samantha wollte es irgendwas mit den zombies und gleichzeitig das turtles lied ansehen oder habe ich ja ja nicht ganz warum nicht ich glaube ich habe es nur ich habe es erkannt wird nein war absolut gut Prozent 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 ich habe diese Tür ist ein Achtung da hat er hat er wieder wegspieler er hat er vorgestellt wir haben ihre Tage der der Tage guck an wie sie blutet Es ist respektlos, das macht man nicht. Was? Auf den Dresen bluten, oder was? Ja, schauen wie sie blutet, das ist quasi nicht, also komm. Ich bin Mediziner, also ich muss das machen. Ach so, ja gut, dann. Ich bin Mediziner, warum? Haben sie studiert? Nein, nein, ich bin krank. Also ich bin medizinisches Wund. Guck mal gerade, dass da drin ist. Und sagt mir Bescheid. Nur ein Wheel brauchen wir, oh doch, ein Wheel brauchen wir für unsere Plates, ne? Oh, da drüben ist auch die Kiste. Boah, ich kam sogar rüber. Wir müssen da unten noch rein, oder? Waren wir da nicht schon drin? Warte, ja, ich glaub ich hab die, ja, oh ja. Da war nur noch ne Tür. Hey Susi, Susi, hey. Hey Susi. Susi. Deine Füße stinken. Da hinten ist noch ein Auto. Jump. Bin verkackter Flomian. Ja, irgendwie im Wahnsinn, oder? Aber jetzt haben wir den Teil, wär gut, wenn wir hier nach unten fahren würden. Wir fahren mal ja querfeldein, dass man das aufdeckt. Auch nicht viel glaub ich, ne? Verzeihung bitte, YouTube. Der Betsy ist schuld. Er bringt mich immer zum Husten. Hab ich jetzt noch... Oh Gott. Betsy, hast du Hunger? Nee. Warum nicht? Weil ich komplett voll bin. Sogar mal mit Ausdauer, was selten vorkommt. Okay, also hier in dem exit echt noch viele Autos. Also hier müssen wir uns echt nicht Gedanken machen, dass wir nichts an der Autos finden. Okay, warte dann. Ich werd dann bisschen was essen jetzt da. Weil hier ist schon verseuchte Gegend. Damit ich hier ein bisschen Platz hab. Weil essen, das ist jetzt wirklich nicht... Ich würd's nicht wegwerfen, weißt du? Weil das wär Verschwendung. Meine Mama hat immer gesagt... Jedes Essen essen, bevor man's wegschmeißt, gell? Nein, nein, sie hat immer gesagt, in andere Länder hungern Menschen. Warum sollen's wir wegwerfen? Hab ich gemeint, ja dann schick's denen. Nein, Spaß. Essen wirft man nicht da weg. Okay, da weg. Eigentlich wollte ich sagen, davon. Aber dann hab ich mir gedacht, vorhin hab ich ja weggesagt. Und mein Gehirn hat so komplizierte Synapsenarbeiten hier durchgeführt. Und dann kam halt der weg. Wo fahrst du denn du jetzt hin? Wir fahren wieder zurück und dann ins Schneegebiet. Weil wir waren hier schon überall. Nein, waren wir sicher nicht. Ja, dann zeig du mir einen Weg. Weil wir haben eigentlich hier schon alles ausgedeckt. Achso, warte, ich guck mal zwischendrin mal auftanken. Was wir machen könnten, ähm... Ja. Wir könnten in die... Wild West Stadt fahren, hm? Das wär mal die Idee, da waren wir noch nicht, gell? Ich weiß zwar nicht wo die ist, aber wir müssten sowieso wieder Bleibesorgen. Warte mal, wo waren die? War die da? Wir sind ja drüber geflogen. Nein, das war sie nicht. Oh, ist die so weit weg. Ich kann da gar nicht sagen, wo die war. Hier ist ne kleine Stadt und hier ist noch ne Stadt, da hinten. Oh, man. Warte, haben wir die markiert? Nein, da hab ich die... Oh ja, warte mal, hier muss irgendwas sein. Das, warte, hier hab ich ja irgendwas markiert, das hab ich mit Stadt markiert. Da war das Loch. Fahren wir einfach mal erst mal Richtung Wüste, oder? Ja, machen wir das so. Oh, ich müsste mein Auto mal reparieren. Das hab ich vorgemacht, weil ich war nämlich auch nur noch bei 19%. Okay, ich hab noch 27, das geht eh noch. Das geht ja noch. Eigentlich müssten wir jetzt mal richtig nach rechts das beziehen. Du bist... Warte, du klangst grad wie... Bär, Teddybär! 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 Oh, du hast nen schöner mitgenommen. Oh fuck, ich häng fest. Abhau... Abhau... Hau ab, oder? Ich muss hier rum, ich... Oh, ey, 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 ey! Nicht so aggressiv hier! Verdammt scheiße, ah! Ist das überhaupt noch ne Straße, die wir hier fahren können? Ich fragte mich grad, ob das ne Straße ist, aber ich glaub wir fahren schon auf ne Straße, ja? Das kann man halt Straße deuten. Oh Gott! Was denn? Was machst denn du? Ja, was machst du? Gar nix! Wie weit? Okay, okay, warte, stopp, 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 kurz. Stopp, 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 okay, stopp, stopp, stopp. Ich muss das Auto reparieren. Ich hatte nur noch 13% wegen der holprigen Fahrt. Ja, wir kommen aber hier wieder auf ne Straße. Oh, hier wär wieder ein ganzes Auto. Oh, das ist mal ne holprige Strecke hier. Warte, warte, lass uns das Auto doch zerlegen. Ja, dann warte ich hier weiter. Kann ja eh nur einer das Auto zerlegen. Ja. Ey Jockey, da kommt der Zombie-Bär! Und haut auf dein Auto ein! Ah, der hat mich erwischt! Ich kann das nicht benutzen. Boah, ich bin schnell, der hinter dir hergerannt ist. Ah, jetzt wird's dann auch aufgegeben. Echt? Ich muss nämlich kurz ansteigen, ich blute. Äh, warte, ne, äh. Er überlegt sich's gerade, jetzt kommt er wieder. Alles cool, alles cool, alles cool. Okay, das war's mit Auto zerlegen. Haha, Bruder! Ich hab, was ist denn los? Was denn? Irgendwas stimmt nicht. Du, was ist bei dir? Ich muss kurz ansteigen. Und wieder ansteigen. Oh, jetzt passt's. Ich hab irgendwas auf der Windschutzscheibe gehabt. Da waren wir ja schon drin in diesem Chunkjahr, oder? Ne, oder? Waren wir da schon drin? Ähm... Ähm... Oh ja, warte, es ist nicht zu weit von unserer Baseweg. Oh ja, da waren wir schon drin. Genau. Da haben wir, glaub ich, extra mal ein Video angehalten, könnte sein. Ja. Wir müssen hier dann irgendwo mal links... Wir legen's ja jetzt die nächste dann, wenn eine kommt. Aber was ist das? Das sieht ja geil aus. Militärisch! Was aus? Grüne Zombies seh ich jetzt schon. Ja, aber das glaub ich könnte sich lohnen. Oder was meinen Sie? Ja, ein... Zwei dumme Ein-Gedanke. Beide gleich zum Auto hin. Ja, es wird schon kritisch mit meinem Inventar, weißt du. Ähm... Na, was war das? Au, 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 au! Genau! Den ich hob in den Kämmerkern, wenn du kriegst. Au, das ist so ein Spider-Zone, wie kriegst du den hin? Ja, ja, klar. Wenn er nicht im Auto feststecken würde... Ah, noch einer! Au! Verstecken wir sich im Dunkeln? Nein, weil du schießt, weil du schießt! Achso! Du lockst die an, die hören das ja. Ich dachte immer, Zombies haben keine Ohren. Ich dachte, das gilt für Hamster. Haben uns da keine Ohren? Haben Enten Ohren? Enten haben keine Ohren. Das hat er von der Scheiß-Serie. Doch, natürlich haben Enten Ohren, sonst könnte eine Ente keine andere Ente hören. Das hat er von der Scheiß-Serie. Du hast mich angelogen, da warst du ja doch schon bei der dritten Folge. Echt, das war die dritte Folge? Ja. Ja, ich weiß nicht, weißt du? Wir klauen immer aus... Wir klauen immer Zitaten aus der Hände. Oh, ich werd hier verfolgt! Oh, wie kommt man hier eigentlich rein? Wenn du leben willst, komm mit mir! Hä? Warum sind die dumm? Ah, warte, die sind echt dumm! Nein! Autsch! Aber jetzt hat er mir aber eine gute mitgegeben hier. Einfach Schmerztabletten, die helfen immer. Warum wollten ihr alle zu mir? Na ja, du Scheiß, so knack... Uh, ich hab da was! Ah, ne. Ich lass den Scheiß. Kommen die da hoch? Nein, die kommen da nicht hoch, oder? Ich bin voll safe hier oben da. Da ist ein Rucksack! Warum wollten die alle zu mir? Geht doch mal zum Zocki, der ist schon in der Basis drin! Nein, bin ich gar nicht! Ach so? Boah, jetzt sind sie durch! Au, au, au! Ich blute! 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 Was hast du? Ich hab dich nicht verstanden! Ich bin Bluter! Du bist Bluter? Hm. Jetzt hab ich mir immer gedacht, du bist halb Ungarer. Ich bin heute wieder so lustig! Man merkt's vielleicht. Ich bin... Wo ist denn der Rucksack hin? Wo ist der Rucksack hin? Ich hab grad den Rucksack gesehen! Nein, hab ich den wegschossen! Bist du dumm, Zocki? Bist du dumm? Ja, ja schon, aber... Echt so dumm? Aber so, ja? Kennen wir vom Zocki gar nicht! Naja, schon, aber... Ja, aber so schlimm mein ich jetzt! Ja, gell, extrem! Komm ich hoch? Warum geht mein Wurst? Die... Ah! Die Base ist glaub ich die Superbar oder? Oder? Nein! Oh! Ich muss mal was... Ich muss mal was ins Inventar tun! Vom Jeep! Ich bin da voll! Waaat! Waaat! War da ne Mine? Wann's war oder? Das war voll... ... 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 Warte, ich bin da hier ein paar Gehebel! Wo denn? Da! Da bin ich sie! Ah cool, warte, ich will da kurz reinschauen! Wo die Minen waren! Ganz in Armut, deswegen will da reinschauen! Oh, ich... Jaja, aber ich würde da nicht reinrennen so schnell! Ich kann das gar nicht mehr öffnen! Das ist defekt oder was? Den bisschen explizieren! Da drin sind noch zwei Minen! Wenn ich mich blöd bewege, geht's bumm! ... ... Ich riskier's Bruder! Das istBA zockig, der macht alles für seine Fans! Außer Nacktfotos, außer auf Wunsch! Zehn Euro? Neuan zwanzig, ich weiß nicht... Ich bin noch sich... Ich bin mir noch unsicher wieviel! Oder einfach für ein Abo, es reicht auch schon! ... ... ... ... Hehehehe Hehehehehe Oh Gott Nix Gott, Gott hat damit nichts zu tun, dass du so gemein zu mir bist Seit wann bin ich denn der gemeine? Moment, die Rollenverteilung ist andersrum Ach so? Ja, ich weine mich immer in den Schlaf, ne? Nicht andersrum Opfer Hehehehehe Hehehehehe Hehehe Ey, komm, ich lass das Bier jetzt, tschüss, Papa, juckt nicht Was lass ich noch legen, die, die Ding, dann können wir die zerlegen Weil ich will, ich will das nehmen und, äh, zerlegen Sieht fast aus, als wär mal ein ehemaliger Händler gewesen, ne? So wie beschriftet das ist Jajajaja, hab ich mir vorhin auch gedacht Dass das so ist Aber du musst aufpassen, ich glaub, manche Räume sind vermint, also Oh, hier gibt's jede Menge Medikamente, Verbände Bluttransfusion, Dreck Dreck? Hehehehehe Ja man, dieser Händler hat anscheinend Dreck verkauft Hehehehe Und der hat damit noch Geld gemacht Das war ein guter Händler Oh, Paypal, glaub ich, nehm ich gar nimmer mit Ah, du warst da schon drin, Alter, hopp, oder? Ups, jetzt bin ich hier oben, das haben wir hier Bist du hier zufällig drin? Nein, hier ist gar nix drin Was ist das für ein Schmorn? Okay, unser Medizinschrank dürfte damit wieder aufgefüllt sein Der war nie leer Ja, aber Ist doch noch voller wie davor, weiß schon Wo hast du schon? Oh, meine Munition, meine Munition, Youtube Hast du jetzt richtig viel, ne? Ne, gerade, im Gegenteil Achso, das Gegenteil, Profi Ja, für was kann man hier jetzt hochkraxeln? Oh ja, geil Fuck, Brudy, ich hab Energy Twink Nein! Doch! Jetzt ist er glücklich, jetzt ist er, jetzt kann man das Spiel eigentlich aufhören Mega Crush, Brudy, Alter Jetzt wird's, jetzt wird's geil und pass auf, dann wird das weg grad und zack Energy Drink, Brudy, Energy Drink, Alter Ich sauf gleich an, mal schauen, was da so rauskommt Ähm Run Speed 150% Schweiß, soll ich ne Axt benutzen? Wär besser Bin ich jetzt schnell? Ja, ist glaub Pfeil schon Ja, schau mich an, schnell Wo bist du? Ja, du bist, ja Wenn du das jetzt wüsstest, gell, wo ich bin Hier bin ich Au, 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 Beinbruch Ne, doch nicht Bin ich schnell? Ja Richtig schnell Und Jump Oh nein, hat nicht funktioniert Ich bin doch mal der Flash Zu langsam, zu langsam Ich bin hier schon durch Was, hier drin warst du schon oder was? Ne, ich bin zu schnell, ich bin der Flash Ah, ich bin hier schon durch Fertig Okay, war schon einmal um die ganze Map Und ich hab's nicht mitbekommen Ich hab jetzt halt die ganze Map aufgedeckt Ich hab jetzt halt die ganze Map aufgedeckt So langsam, ich bin gesteht Ich bin der Flash, Brudy Niuuuu 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 Was hat das mit Mods? Oh, mein Schieb Da dann quasi rüber Ah, da drüben müssen die Western-Stadt oder irgendwas sein Oh geil, Alter Es ist richtig geil Hast du mehrere Energydrinks oder hast du... Einen hab ich noch, einen hab ich noch Einen würde ich mal aufheben an deiner Stelle Ja eh, falls mal notwendig ist, schnell zu sein Der Helm schmeiß mal weg Ähm... Ja, das Baby Gut, YouTube Ah, Messing Ah, ja geil, Messing Aber wir sind bei 39 Minuten Das ist immer... Wir sind immer so extrem lang Ja, dann, 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 dann Ja, dann bis zum nächsten Mal Ja, genau, macht's das gut Haut rein Und immer brav sein Chaui Tschüssi Chaui Chaui, Chaui Chaui Ja Tschüss